Herzlich willkommen bei der Zahntechnik Peter Töner hier in Oldenburg. Zahntechnik Peter Töner gibt es jetzt seit 27 Jahren hier in der Region. Wir haben drei Standorte. Einmal die Hauptniederlassung hier in Oldenburg, in Edson, eine in Willemshafen, eine in Delmenhorst. Wir sind mit 80 Mitarbeitern am Start, 10 Meistern, 10 Auszubildende und wir beliefern alle Praxen hier in der gesamten Region. Wir beliefern dort eben halt die Zahnarztpraxen, arbeiten nicht direkt mit Patienten zusammen, sondern mit unseren Zahnärztinnen und Zahnärzten und bilden das gesamte Spektrum der Zahntechnik an. Also von A wie einfache Aufbissschienen, die vielleicht jeder von den Patienten kennt, bis Z wie Zirkonenoxidkeramiken, wo man vollkommen metallfrei arbeitet, also hoch biokompatibel. Implantologie ist in den letzten Jahren ein Kerngeschäft geworden. Auch da sind wir weit vorangeschritten, fräsen alles selber und stellen die Implantate auch selber her. Wir freuen uns auf einen Besuch von Ihnen. Auch für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles Gute und auf gute Zeit, Ihr Peter Töner.